Herzlich Willkommen zurück zu der Karte von Thüringen. Wir machen jetzt weiter, wir haben jetzt gerade das Geldproblem, wir müssen Geld verdienen. Ich hatte schon mal vorher Missionen angenommen gehabt für Feldenmo. Die großen machen wir zuerst. 13. 13 machen wir gleich. Das war mein Selbststand, das ist um die Ecke. Wir werden uns Dünger einladen vom Silo. Wir haben hier nicht mehr Licht gehabt. Und hier haben wir noch Kalk. Das kann sein, dass wir noch gar nicht gebaut haben. Das ist blöd, ne? Das war gut. Ich muss wieder aufstoßen. Jünger! Das haben wir ja gekauft und eingelagert. Jetzt können wir das entsprechend nutzen. Brauchen wir nicht mehr. Kaufen. Ist davon nicht kauft. Mal schauen, wie die Musik ist, glaube ich. Erst aufmachen wir unterkasten. Entschuldigung. Ja. Ja. Dann werden wir gleich machen. Dann die Chains, was ich mir ändern kann. Also die größten Felder zuerst. Ja. Dann warten wir ganz kurz. Weil im Dunkeln wir uns nicht zurecht sind. Ich traue mir nicht so viel, weil ich glaube wir haben die Ausgaben gut angenommen. Und ich befürchte, dass wir dadurch die Hänge am Schub stahlfest machen. Mal zumachen. So, schauen wir mal in den Rennen. Echter Meinung, wir hatten aber ein bisschen mehr die bessere Sicht gehabt. Und ich habe nicht auch Bock gehabt. Ups. So. Müssten vielleicht da sein. Aber gut, anfangen ein bisschen. Wurde mal die generieren. Aber so, wenn haben wir, war ruhig kein Mal. Oder hier. Oder das Feld, ich rechne. Oder das Feld, ich rechne. Oder das Feld, ich rechne. Oder das Feld. Ich rechne. Und like das Feld war. Das ist so, dass wir nicht die Lange haben. jetzt haben wir noch mal gucken wie gesagt die großen felder die in der ecke sind erst mal die man zuerst für 10 e-lock hier springen wir raus machen wir selber noch ein licht an haben wir Tafellampe der ist gut gefüllt und die Farmer Richtung Feld 10 und nicht mal man hat ja überhaupt nichts gesehen haben sie hier das Licht ausgemacht in der Karte Berufser Vollpunkt geblieben komplett weg sobald wir hier die Arbeiten durchführen die Dinger Arbeiten gehen wir mit sofort bei und machen wir die Gelage wir werden das nächste Silo anfangen dazu werden wir kurz kurz ein kurz kurz ein fahren jetzt mal würde ich es anders versuchen mit abladen automatisch wie zum anfang nur muss ich da immer sagen können wir da mal ganz kurz dann wäre das abnahm langsam zu fahren richtig langsam dass er genug alleine verteilt wie am Ende weniger zu tun aber die fähren sich irgendwie rabelig so es sollte eigentlich von 14 sein oben rechts muss ich mal ganz kurz gucken wo wir stehen ist sehr gut ob da noch Blüten geht überraschend ne und dann haben wir auch schon mal Pech gehabt mal zu sein kurz genau hier machen wir dreimal und dann gleich rechnen lassen Ups schau mal ne Karte rein wachstum 30 gedrängt bei 10 auch gut wo haben wir jetzt mission das soll ja möglich in der Nähe sein und große Felder sein wir machen die großen zuerst Fel 40 das ist auch um die Ecke das ist Fel 40 hier unten genau oh oh Licht machen hier 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 jetzt gefüllt Fahrberechtung Fel 40 dazu müssten wir ja genau hier lang jetzt raus hier 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 woops ich hier hier Eine lange Nacht, die man nicht verschwellt haben werden, weil wir möglichst viele Visionen erledigt haben möchten, weil blau und blau und blau gelb. Die Kreditrahmen ist am Limit, mehr kriegen wir nicht, oder ich. Bockelt ganz schön hier. Und Raps, ein paar kleine Raps. Häcksel gut. Ja, da können wir halt sehen. Da sind die Kredderkirche gewürfen. Nicht getan. Ja. Bereit zur Ernte. Das ist alles vorbereitet. LKW kommt hier vorne. Es ist dunkel. Auch passend. Oder es geht woanders. Fühlt nicht gefährlich, ne? So, die sind ja irgendwie rechts wegbiegen. Und die Felder sind soweit gedüngt. Die sind fertig. Die sind immer nur eh entreichend. Natürlich ist es meistens so, dass sie meistens zur gleichen Zeit werden. Und jetzt frei fährt es. Ups. Zwei mal in die Richtung. Es muss schon geradeaus Schalt 40 sein. Das ist so ein Glück. Im Dunkeln wird es schwierig zu fahren. Weil das nicht der Fahrzeuge bescheiden ist. So, 40 haben wir erreicht. Wir fahren mal rauf hier. Mit unser Feld. Und Pflegebereitung? Ich glaube ja. Dann hier haben wir jetzt Pech gehabt. Das ist 40. Das werden wir natürlich jetzt nicht sehen. So, dass wir gut gefahren haben. Eigentlich haben wir alles Pflegebereitung. So, dann lassen wir auch einmal fahren. Die brauchen natürlich ganz schön lange näher. Das ist ja logisch. Große Felder. Aber lange. Aber die arbeiten nicht alleine. Jetzt gefällt es 40. Was wäre noch zu machen, was gut wäre? 28 war noch. 28 war noch ganz gut und groß. Ah. Jejejeje. Und Düngen müsste nicht gehen. Dann nehmen wir den Traktor eben hier. Den müssen wir aber umrüsten. Und dann fahren wir vorbei. Gucken wir ran fahren. Ups. Der Junge, der muss doch Licht anmachen. Oh, der hat schuldet Licht. Ja. Auf geht's. Einen Düngerfahrzeug haben wir noch. Einen Düngerfahrzeug haben wir noch. Einen Düngerfahrzeug haben wir noch. Einen Dünger. Die größten Missionen schaffen dann ist gut. So, den müssen wir entsprechend noch umrüsten. Aus Prinzip. Also normalerweise bei Missionen wäre das egal. Aber da sieht man nicht so eng. Dann machen wir mal umrüsten mal rum. Aus Gewohnheit sagen wir mal so. Weil irgendwann ist es soweit und man vergisst es zu machen und dann geht es auf eigenem Feld zu fahren. Kostet ja nix. So gut so. Wir fahren ja nächstes Tage weiter. Ich steig mal ein. Ich sag mal tschüss um den Gewinkel. Tschau 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 tschau.